Willkommen Freunde, ich bin jetzt gerade auf dem Weg rüber zu Feld 10. Da haben wir noch Strohschwart liegen. Die müssen jetzt dringend gepresst werden, denn das Stroh ist jetzt gerade trocken. Später zieht es dann wahrscheinlich wieder ein bisschen an, bekommt wieder ein bisschen Taufeuchte. Und ja, heute Nacht soll es nochmal regnen. Also wenn wir das jetzt wegbekommen, dann haben wir ein kleines Problem wahrscheinlich. Ah, da hinterm Busch geht der erste Schwart los. So, Pickup schon mal runter, anschalten und ab die Post. Die anderen zwei Felder habe ich jetzt gerade vorher gepresst. Hier müssen wir dann im Anschluss schauen, dass wir die Strohballen noch wegholen. Ja, wenn es regnet... Wenn es nicht viel regnet, geht es bei den Quaderballen. Aber generell, wenn wir jetzt Rundballen gepresst hätten, da wäre das kein Thema. Bei den Rundballen, da kann das Wasser quasi, ja, anhand der Netz, anhand dem Netz, was außenrum ist, was sie zusammenhält, schön abherlen. Aber, und sie sind natürlich auch schön rund, wo es dann runterlaufen kann an der Kante. Waderballen liegen halt einfach flach da, da kann sich theoretisch auch Pützen drauf bilden. Dann fängt es doch nach und nach an, in den Ballen einzusickern. Und dann haben wir auch nichts gewonnen. Deshalb jetzt schnell die Ballen vollpressen und dann werden wir gleich umhängen und werden die Ballen noch holen. Und da muss ich mal schauen, wo ich da Platz habe, wo ich die hinstellen kann. Ich habe gerade schon versucht, den Bergmann zu erreichen, als mir das eingefallen ist. Aber er ging leider nicht ran. Vielleicht ruft er zurück. Wäre gut zu wissen, wo wir die lagern können, weil so spontan ist mir jetzt nichts eingefallen. Wenn er nicht entschiebt, muss er einfach in irgendeine Halle rein, die gerade frei ist. Wenn es ihm nicht recht ist, muss er es im Nachgangsteil bei oben setzen. So, der Nachbar da drüben. Er hat schon einen Kruppert. So weit bin ich natürlich noch nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie der Bergmann seither seine Ernte selber hinbekommen hat. Also im Frühjahr, klar, da war er im Urlaub. Da hat er mich einfach dann so hingestellt zum Schaffer. Und jetzt bin ich aber freiwillig gekommen und irgendwie ist er die ganze Zeit nicht da. Da frage ich mich doch, wie hat er das in der Vergangenheit immer hinbekommen. Gab es da andere Personen, die er eingestellt hat, die es für ihn gemacht haben? Oder denkt er sich jetzt einfach, haja, der ist da. Dann mache ich mal ein bisschen faulen Tag. Wer weiß, wer weiß. Hier liegt jetzt wieder nicht ganz so viel Stroh, muss ich sagen. Also beim Hafer, würde ich sagen, lag tatsächlich das meiste Stroh. Und hier ist es vielleicht so ein Zwischending zwischen Gerste und Hafer, würde ich jetzt sagen, so optisch. Na, das ist auch wieder eine gute Kurve hier. Und da wäre das so ein Berg. Hier geht es jetzt mit den zwei Vogelwände Schwad. Da die Längsschwad, die da seitlich kommen, die ziehen alle so parallel dazu ab. Dann müsste man nicht hier komplett gerad auf irgendwelche Ballen, die wir jetzt hier ablegen, drauf zu fahren. Ja, langsam geht die Sonne unter. Müssen wir uns beeilen. Wenn die weg ist, dann wird es kritisch, dann wird es wieder feucht. So, wir haben hier einmal so einen Kreis. Was hatten die Presse eigentlich genau für eine Bezeichnung, steht es drauf. LSB 1290. Aha. Und die hat sogar eine Rundumleuchte. So breit ist sie doch nicht. Ab wann braucht man Rundumleuchte? Arbeits-, also Maschinenbreite von 2,70? Weiß ich gar nicht. Nur bei extrem breiten Maschinen doch. Naja, das ist jetzt... Das ist das beste Beispiel. Exakt vom Schwad. Nehmen wir den da. Ja, wie gesagt, einfach bei der nächsten Ernte einmal außenrum häckseln und dann nur die Längsschwad machen für Strohballen. Sollte deutlich helfen. So lernt man halt nach und nach dazu. Jetzt sehe ich gerade sogar schon 18,20. Muss ich mir richtig beeilen. Und der Eignans seine Frau hat gesagt, sie macht Abendessen. Und er meint, ja, ich bin 18,30 da zum Essen. Ei, ei, ei. Ist ja zum Glück nicht so weit bis dahin. Was haben wir denn noch? Ich mache noch ein bisschen was, was wir haben. Es wird eng mit 18,30. Ja, wenn dann zu viel... zu spät, wird man dann auch nicht kommen. Und beim nächsten Mal nehme ich tatsächlich einfach einen größeren Schlepper. Weil der ist echt... recht hoch. Richtig am Schreie nur. Es ist auch ganz wichtig, dass wir den Schwarz hier weg haben. Hier gibt es schon die ersten Schatten. Warm ist der in 15 Grad. Das ist nicht sonderlich warm. Machen wir gerade die, wo es hier Schatten geben kann als erstes. Einfach wegen der Feuchtigkeit. Sobald die Sonne weg ist, kommt bei den Temperaturen zu der Jahreszeit die Feuchtigkeit. Und... Es geht ratzfatz. Also... Es ist nicht viel, aber es ist schon ein bisschen was. Und das ist dann... zu viel Feuchtigkeit, um die Ballen fangen an zu schimmeln. Das wollen wir ja nicht. Weiß ist auch ein bisschen schwierig da hinten. Rechtsrunde fällt der Hang so ab. Da scheint die Sonne jetzt dann auch bald nicht mehr hin. Dann macht der Hang schon Schatten. Letzt auf gegen die Zeit hier. Boah, der Acker da drüben, einen Berg hoch. Boah. Da geht es ja richtig steil noch See gerade. Also... Da oben in Thrasher querfahren, das ist schon richtig gefährlich, würde ich sagen. Oder was meint ihr? Gerade da... Vorm Spiegel, das Stück. Das ist richtig steil. Im oberen Bereich. Gut, das ist natürlich jetzt auch die Perspektive. Wenn man dann dort ist, ist es nochmal ein bisschen was anders. Das war's aber. Holla die Waldfee. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und wir kommen halbwegs rechtzeitig zum Essen Ende gut, alles gut So, kann man sie abschalten, pick up hoch Und... Und... Da ist sogar noch eine Pütze Ich denke, fahre ich direkt zum Waschplatz, dann kann man das Gespann hier komplett mal abwaschen Dann ist auch mal wieder sauber Ich glaube, ich wasche es einfach gleich Ein paar Minuten kannst du noch warten Hallo? und in der Stabilität. Ja, da guckt euch die Presse an, wie dreckig die ist. Alles nur Dreck, der da dran hängt. So, ich darf nicht weiter weg. Schlauch ist zu kurz. Das ist nur ein Quatsch. Der hat das auch mal wieder schön sauber. Wunderbar. Gut, dann haben wir das auch geschafft. Und dann war es das für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis nächstes Mal. Euer L.T. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.